Antike Stadt von Arsinoe, auf einem dominanten Hügel mit Blick auf das Meer von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Dieser Ort wurde 270 vor Christus gegründet und als die heilige Stadt des Königs, seiner Frau und seiner Schwester in Erinnerung gerufen. Die Region, in der sich die Überreste von mit Mosaiken verzierten Gräbern, historischen Häusern und Burgmauern befinden, wurde nach dem Mittelalter nicht besiedelt. Die von der Geschichte verlassene antike Stadt, Arsinoe. Untertitelung des ZDF, 2020